Ja, meine lieben Zuschauer und Abonnenten, willkommen zu einem neuen Kurzvideo und ihr liest es schon in der Videobeschreibung. Es geht um eine kleine Umfrage, weil in der letzten Zeit, ich weiß immer nicht ganz genau, was euch jetzt gefällt und was nicht. Jetzt wo bin ich viel rum, dann kommen ein, zwei Folgen vom Projekt, ich sehe, ach das läuft nicht, dann wird es wieder abgesetzt und ja, ich dachte mir jetzt einfach, bevor ich da jetzt noch ein halbes Jahr so rumrate, was euch gefällt, mache ich mal einfach eine kleine Umfrage, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, das ist ein Google, wie sagt man da als Google, Dokumentumfrage, heißt, ganz normal ein Kreuzchen testen, ein bisschen ankreuzen, was euch so bedrückt, die Fragen sind, glaube ich, ihr hoffentlich klar erklärt, wenn nicht, wenn es Fragen gibt, also oder Probleme, einfach unten in die Kommentare schreiben des Videos, dann kümmere ich mich sofort darum. Ja, also bitte euch das einfach mal durchlesen, die Wissenhaft antworten, es ist eh nicht so viel zum selber schreiben, mehr zum ankreuzen und ja, ich hoffe natürlich, dass das mir jetzt viel weiterhilft, dass ich dann einfach auch weiß, in welche Richtung ich zukünftige Projekte lenken soll, ich möchte dann auch ein bisschen mal die Rückmeldung haben, ob euch die Projekte die Zeit laufen, überhaupt gefallen, also ob euch überhaupt Megaprojekt und, keine Ahnung, Wippjagd und solche Sachen überhaupt noch gefallen oder ob ihr ganz andere Sachen wollt. Und ja, da steht eben der Umfrage drin, einfach ein bisschen ankreuzen, würde mich wirklich freuen, wenn ein paar Leute mitmachen. Gut, dann bedanke ich mich für eure kurze Zeit, heute kommt natürlich noch ein ganz normales Video, war am Nachmittag um 16 Uhr wie immer, dann sage ich mal danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und ja, ciao!